Ja, im Moment sind wir auch eingeschneit worden, wie viele Täler im Wallis. Es hat extrem viel geschneit und aus Vorsichtsmassnahmen wurde die Strasse gestern Abend geschlossen. Das ist jetzt schon eine Weile her, ich glaube das letzte Mal war es 1999. Vorräte sind genügend da, wir haben tolles einheimisches Brot, wir haben einheimisches Bier und ich glaube es für die nächsten 14 Tage hätten wir genügend. Bis zum nächsten Mal.